Und es gibt eine Regel, die solltet ihr euch aufschreiben. Zweck ist Richtlinie oder Anweisung immer übergeordnet. Wie viele von euch haben ab und zu die Idee, dass Mitarbeiter, wenn sie Anweisungen ausführen, doof sind? Bitte seid ehrlich. Okay, wer von euch hat das Problem, dass er viel nacharbeiten muss bei Anweisungen? Gut, wisst ihr, woran das liegt? Nur eine Sache. Es liegt einem Wahrnehmungsmodell. Also was sind Wahrnehmungsmodelle? Das sind eigentlich Sachen, wie man auf eine Sache schaut. Zwei Wahrnehmungsmodelle gebe ich euch dafür. Ein Wahrnehmungsmodell ist, nehmen wir mal das Wort Delegieren. Was heißt denn das? Abgeben. Genau, jetzt gibt es aber drei Arten des Delegierens. Kennt ihr die? Zwei davon sind jeweils gut. Die eine ist totale Scheiße. Die eine Form des Delegierens ist, ich gebe eine Anweisung, der andere führt sie aus und ich verifiziere das Endergebnis. Wurde sie ausgeführt und arbeitet zur Not nach. Die zweite Variante ist, ich gebe einen Verantwortungsbereich ab. Und wisst ihr, was die dritte beschissene Variante ist? Die Kombi aus eins und zwei. Wenn ihr nur ein bisschen so seid, wie ich früher, dann macht ihr das regelmäßig. Und daher kam ein Großteil meines Arschleidens, das ich nie verstanden habe. Stellt euch einfach eine fähige Person vor, neben euch. Also du stellst dir jetzt dich vor und jeder holt sich bitte eine fähige Person in den Kopf, die er kennt. Wo er sagt, der könnte einen ähnlichen Job machen wie ich. Sondern schaut euch die anderen. Dann werdet ihr feststellen, ihr habt eine ganz andere Art zu arbeiten als der, richtig? Der macht das so, du machst das so. Aber beide führen zum Ziel. Nachvollzieh mal. So. Wie denkt ein Verantwortlicher? Das ist ganz einfach. Ein Verantwortlicher kennt seinen Verantwortungsbereich. Der hat Grenzen. Du musst ja wissen, wo startet sie und wo hört sie auf. Sind wir uns eigentlich? Er muss den Zweck seines Verantwortungsbereichs kennen. Also er muss verstehen, was soll denn dieser Bereich sicherstellen? Also bist du zum Beispiel Rechtsabteilung, sollst du sicherstellen, dass die Unternehmung in ihrer Existenz nicht gefährdet wird durch Angriffe von außen. Juristische Angriffe von außen. So, dann musst du wissen, was ist denn eigentlich das Produkt? Also was soll denn hinten rauskommen? Das ist zum Beispiel was, wo Compliance dann ausufert. Weil der Zweck von Compliance oder der Zweck von Juristerei ist, die Sicherheit des Unternehmens sicherzustellen. Aber wo ist es denn am sichersten? In Einzelhaft. Das ist am sichersten. Einzelhaft ist sicher. Es ist warm. Es gibt Mauern um dich herum, da kommt so schnell keiner an dich dran. Sagen wir mal Einzelhaft mit eigener Dusche. Warum will da keiner hin? Weil du dich nicht bewegen kannst. Also klar, innerhalb dieser ganz engen Dinger. Warum gibt es die ganzen Probleme mit Compliance und Juristerei? Ganz einfach, weil sie sollen zwar die Sicherheit sicherstellen, sollen aber dich nicht total zuschnüren, sodass du nichts mehr machen kannst. Sondern diesen Zweck und dieses Produkt muss dem Verantwortlichen vordefiniert werden. Und es muss ihm auch vordefiniert werden, was kommt denn rein, was durchläuft, welche Hauptschritte und was kommt denn raus und welche Rohmaterialien kriege ich, welche Vorfälle können denn reinkommen und wie sind die jeweils in Kanälen zu machen. So, das Wichtigste dabei ist, aber nur die Liste, was kommt rein. Also was wichtig ist, sind die Grenzen. Wo fängt es an, wo hört es auf? Was ist der Zweck? Was soll bei rauskommen? Was kommt rein? Die Wege, wie man da hinkommt, wenn der schlau im Kopf ist, findet er seinen eigenen Weg. Sondern jetzt stell dir vor, du hast eine schlaue Person und die findet jetzt ihren Weg, wie sie den Zweck und das Produkt sicherstellt. Und du haust dann da Anweisungen rein. Was passiert? Du haust ihn aus der Balance, weil der hat sein Bild im Kopf, wie er das machen möchte. Und jetzt kommst du autoritär, du bist der Chef und sagst, mach so. Das machst du dreimal und dann sagt er was. Ich verstehe nicht, was der von mir will. Am besten höre ich nur noch auf den und warte auf Anweisungen. Also wenn du nur die zwei Definitionen von Delegieren kennst, dass du sagst, das eine ist, ich gebe eine Anweisung, sie wird ausgeführt und ich verifiziere das Endergebnis und korrigiere dann den Mitarbeiter und das Endergebnis. Wenn du das als die eine Variante kennst und die andere ist das Abgeben eines Verantwortungsbereichs. Jetzt wirst du aber feststellen, den Fehler, den ich immer gemacht habe, um jemanden zum Verantwortungsbereich zu bringen, musst du ihn erst eins haben machen lassen. Er muss erst zugearbeitet haben, damit er vertraut genug ist, um irgendwann verantwortlich sein zu können. Du könntest nachvollziehen, warum Anweisungen geben in diesem Bereich nicht funktioniert. Hier in diesem Bereich bist du Berater. Also wenn jemand einen Verantwortungsbereich hat, dann bist du dort Berater und sagst du, vielleicht sollten wir das so und so machen. Aber du darfst ihm nicht ordern, also auf Englisch heißt Anweisung order. Befehl. Weil wenn du ihn orderst, reduzierst du automatisch seine Verantwortung, ist das klar. Warum müsst ihr permanent eure Verantwortung erhöhen? Keiner sagt euch, was er tun soll. In dem Moment, wo du Order kriegst, reduziert es automatisch die Verantwortung. So, jetzt letzter Punkt, der euch sehr viel Zeit sparen wird. Also das zu verstehen ist zum Beispiel ein Wahrnehmungsmodell. Jetzt, wenn du eine Anweisung gibst und jemand führt sie aus und du kriegst ein anderes Ergebnis, woran liegt es meistens? Dass du dir denkst, warum ist denn der so doof? Wer reicher als die Geissens gelesen hat, dort steht drin, es sind übrigens in reicher als die Geissens sind 863 wichtige Informationen drin für Unternehmer. 863. Und zwar die ganzen Basic-Informationen. Da steht zum Beispiel drin, das Hauptproblem des Fisches ist, er nimmt das Wasser um sich herum nicht wahr. Und das Problem hast du permanent als Unternehmer. Er merkt es nur, wenn es nicht mehr da ist, der Fisch. Das, was der Fisch als letztes wahrnimmt, ist das Wasser. So, was du als letztes wahrnimmst und darum stellen sich die Mitarbeiter so doof an, ist, dass dir völlig klar ist, was der Zweck ist. Immer. Du weißt immer, warum du etwas tust. Egal, was du tust, du weißt immer, was der Grund ist, warum du es tust. Der Zweck. Die dahinterliegende Motivation. Und es gibt eine Regel, die solltet ihr euch aufschreiben. Zweck ist Richtlinie oder Anweisung immer übergeordnet. Zweck ist Richtlinie oder Anweisung immer übergeordnet. Immer. Weil Richtlinien und Anweisungen benutzt man, um einen Zweck zu erreichen. Und das Mittel zum Zweck ist immer dem Zweck untergeordnet. Versteht ihr das? Jetzt kommt die Anweisung aber von dir. Du bist der Boss. Käptainitis, Obergkeitshörigkeit, darin sind wir Deutschen Meister. Wisst ihr, was Käptainitis ist? Käptainitis ist der Grund, warum 70 Prozent, also wenn Flugzeuge abstürzen, stürzen er recht wenige ab. 70 Prozent der Flugzeuge stürzen er ab wegen Käptainitis. Weil eigentlich gibt es ein doppeltes System. Es gibt den Käptain und den Co-Piloten. Und der Co-Pilot soll den Käptain überwachen, dass er keine Fehler macht und umgekehrt. Und dann passiert Folgendes, der Käptain macht einen Fehler und was denkt sich der Co-Pilot? Mein Gott, der ist schon so alt und so ein erfahrener Käptain, das wird wahrscheinlich irgendein cooler Move sein, den ich nicht verstanden habe. Und dann schmiert die Kiste ab, er hat einfach nur einen Fehler gemacht und der andere dachte, verstehe ich nicht, aber diese Autoritätsperson wird schon wissen, was sie tut. Das ist Käptainitis. Wer hat ab und zu Käptainitis? Du sagst, geh über die Straße, kommt deinem Rollstuhl wieder, sagt er, du hast doch nicht gesagt, ich soll nicht auf die Appel schauen. Ja, bin ich davon ausgegangen. Ich sage auch nicht, du sollst atmen. Wer kennt das? Gut, ich erzähle euch eine Geschichte. Es war, pass auf, ein Mann in den USA kam ins Krankenhaus und wurde in die Notaufnahme aufgenommen, weil er höllische Ohrenschmerzen hatte. Dann hat der Notfallarzt den Diagnostik gesagt, oh, akute Trommelfellentzündung und so weiter, hat es dem Typen auch gesagt und hat dann, die haben dann so Behandlungsdinger da hängen am Bett, hat dort hingeschrieben, dreimal drei Tropfen von Medikament X, Medikament X, Wein, Ohren, Antientzündungsmittel, right ear, rechtes Ohr. Die voll ausgebildete Krankenschwester kommt am nächsten Morgen, sieht das Ding, aha, dreimal drei Tropfen in den Hintern, rier. Sie macht folgendes, sie sagt dem Patienten, der Ohrenschmerzen hat und sagt, drehen Sie sich bitte auf den Bauch. Er dreht sich auf den Bauch, sie zieht ihm die Arschbacken auseinander, gibt ihm drei Tropfen hinten ins Hinterstübchen. Dann darf er sich wieder hinten, also sie ist voller ausgebildet, weiß er hat eine Ohrenentzündung, steht da auch, macht ihm keinen Witz, kommt auch sauerhaft vor. Macht ihm schön die Ohrentropfen in den Popo. Gut, nach drei Tagen wundert sich der Professor, der Oberarzt so, warum ist das noch nicht besser geworden mit dem seiner Ohrenentzündung und fragt halt, was los ist und findet raus, dass die dreimal täglich, drei Tage lang ihm bei einer Ohrenentzündung die Ohrentropfen in den Arsch getröpfelt haben. Lacht nicht, wer von euch hat so ähnliche Idiotien bei sich selber auch schon mal festgestellt? Kommt, seid ehrlich, ja komm, wenn man sagt, seid ehrlich, kommen ein bisschen mehr, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber so, das heißt, du kämpfst mit dem Thema Captainitis, wenn du eine Anweisung herausgibst, haben die Leute einfach Angst oder sie sagen, oh, das kommt vom obersten Boss, musst du gemacht werden. Du musst also aber wissen, Zweck ist Anweisung auch vom Boss immer übergeordnet. Um das zu verhindern, wie muss man Anweisungen geben? Und damit könnt ihr eure Mitarbeiter-Doofheit und eure Nacharbeit um 50% reduzieren. Nur mit dieser einen Sache. Erstens, Anweisungen werden schriftlich gegeben. Zweitens, man definiert zuerst, worum geht es, dann den Zweck der Sache, dann das Ergebnis, das erzielt werden soll und dann die Anweisung. Also Kurzorientierung, worum geht es? Was ist der Zweck der Aktion? Was soll dabei rauskommen? Und dann die Anweisung. Und gleichzeitig sagt ihr euren Leuten, wenn sie eine schlauere Idee haben, wie man den Zweck und das Ergebnis schneller erreicht, sollen sie euch bitte benachrichtigen, aber nicht einseitig die Anweisung abändern. Weil es kann ja sein, dass du dir mehr gedacht hast als er, kann aber auch sein, dass sich der Mitarbeiter mehr gedacht hat als du. Deswegen müsst ihr euch abstimmen. Der Vorteil von schriftlich ist, man kann auch, wenn er sie falsch ausführt, sagen, komm, lass uns doch mal dahin schauen, was steht denn da? Was heißt denn R.I.? Was bedeutet denn der Punkt U? Er unterbricht zwei Konzepte, meistens in Satzform oder zeigt eine Abkürzung ab. An A, guck mal, schau mal, Punkt, er hat mehrere Definitionen. So ähnlich wie Anführungszeichen auch wörtliche Rede bedeuten, aber auch ist nicht ganz ernst zu nehmen. Sondern dann kann man die Leute korrigieren. Wenn es aber Hörensagen ist, fühlt sich der oft auch ungerecht behandelt und weiß gar nicht, lag es jetzt an ihm oder hast du es jetzt falsch gesagt oder er ist richtig falsch verstanden. Deswegen schriftlich, nehmt die Ungerechtigkeit raus, bringt Klarheit rein, worum geht es, Zweck, Endergebnis und dann die Anweisung. Je nachdem kannst du auch die Reihenfolge ändern, aber worum geht es, sollte immer als erstes sein, dass du orientiert bist. Du kannst auch erst die Anweisung geben und dann Zweck und Produkt definieren, je nachdem wie es passt, aber diese vier Punkte müssen immer drauf sein. Kannst du auch aufhören? Untertitelung des ZDF für funk, 2017